So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses. Der Dicke sitzt gerade so da, isst noch deine Three Spicy Samyang Bulldog mit dem Rest Blumenkohlauflauf, den Pupsi da gemacht hat und nicht gegessen hat. Siehst du schon wieder im Fanchat, das nächste Event ist angekündigt, beziehungsweise die hammerbrutalen heftigen nächsten News wieder mal rund um Team Go Rocket, denn Giovanni kommt zurück, wieder mit einer neuen Spezialforschung und nachdem er die ganze letzte Zeit nur Rotz hatte als Pokémon, als Encounter, kommt er jetzt zurück mit einem der krassesten Pokémon der Welt, nämlich Kyokre. Krypto Kyokre, das klingt nicht nur fett, das ist auch fett, das ist ein Wal, das ist wie Brendan Fraser, das ist richtig brutal. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Wir haben zwar jetzt davor noch ein anderes Event und dann was weiß ich und keine Ahnung, wann ist das überhaupt, muss ich auch nochmal gucken, aber es wird kommen. Weil es jetzt frisch ist und ich es noch vor dem Target Tuesday raushauen möchte, nehme ich direkt das Infovideo auf. Team Go Rocket kehrt zurück, Giovanni setzt Krypto Kyokre ein, den Kai-Oga, und Krypto Ho-Oh erscheint in Krypto-Rades, das ja auch. Mir fehlt für die Joto-Medaille, ich hoffe, der gehört auch dahin, noch genau ein Pokédex-Eintrag und zwar Ho-Oh. Und wenn der in die Krypto-Rades kommt, die man dann überall so haben kann, dann wird damit meine Pladin-Medaille für die Joto-Region fertig. Das ist cool, da freue ich mich drauf. Zu dem Zeitpunkt ist, glaube ich, auch Hannes da, wenn Krypto Ho-Oh in den Rades erscheint. Aber Krypto Kyokre von Giovanni, das ist so brutal. Das Event heißt übrigens dann, gestohlene Schätze, vom Samstag, den 27. Januar, 0 Uhr, bis Donnerstag, den 1. Februar, 23.59 Uhr. An dem Tag hat auch meine Tante Geburtstag. An dem Tag ist dann auch, glaube ich, der Royal Rumble, das Royal Rumble-Wochenende. Das sind die Ho-Oh-Rades und dann ist Krypto, da kann ich auf jeden Fall mit dem Hannes ein paar Videos drehen und vielleicht gemeinsam die Ho-Ohs abholen. Außerdem, jetzt ist auch die Frage aufgekommen, was ist Knaddox eigentlich? Pokémon-Debüts, das Ein-Zylinder-Pokémon Knaddox und seine Entwicklung, das Mehr-Zylinder-Pokémon Knaddox, erscheinen zum ersten Mal im Pokémon Go. Dass das nützlich ist, bezweifle ich. Dass das hässlich ist, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Für 50 Bonbons können sie dann entwickeln. Aber es erscheint wohl nur in 12 Kilometer Eiern. Dann brauche ich mir ja gar keinen Kopf machen. Früher hätte man gesagt, oh, Digga, Hunderter muss her, XL müssen her, musst du pushen auf Level 50. Digga, krass, Alter, hier. Und jetzt? Ja, komm, ist nix. Brauchst du nicht, guck gar nicht hin. Kann das was? Schreibt es mir rein, wenn ihr das irgendwie cool findet. Event Boni. Team Gorocke erscheint häufiger bei Pokestops und Ballons. Ihr könnt eine Lade-TM verwenden, damit die Krypto-Pokémon, die Ladeattacke, Frustration vergessen. Das auch sowieso bei jeder Rocket-Übernahme. Freut man sich, dass man Frustration verlernen kann. Man sammelt die ganze Zeit irgendwelche Krypto-Pokémon, Krypto-Angreifer, die man richtig stark findet. Die haben aber immer Frustration drauf. Du musst immer eine zweite Ladeattacke hinzufügen, aber es stört dich trotzdem. Bei diesem Event kannst du dann eben Frustration wieder verlernen. So, rettet Krypto-Kyokre. Giovanni ist mit einem weiteren ruchlosen Plan zurück. Dieses Mal setzt er dabei Krypto-Kyokre ein. Zu Beginn des Events ist der letzte Teil der Spezialforschung zur Jahreszeit verfügbar, schließt sie ab, um einen Super-Rocket-Radar zu erhalten und Giovanni aufzuspüren. Die Spezialforschung ist bis zum Ende der Jahreszeit zeitlose Reisen am 1. März verfügbar. Also, ist das jetzt keine Spezialforschung von Giovanni direkt? Ist das jetzt die Forschung, die uns jetzt schon zwei Monate begleitet? Es kommt jetzt dann zum Ende und dort gibt es einen Radar und dann ist schon aber umgestellt, dass ihr mit dem Radar einfach das bekommt und nicht die normale oder wie oder was. So klingt es auf jeden Fall gerade. Dann habt ihr ein Krypto-Re-Debüt. Ho-Oh kommt in mich rein. Erscheint vom Samstag, den 27. Januar 6 Uhr bis Sonntag, den 28. Januar 22 Uhr. Früher gab es dann immer den Dortmunder Raid-Bus, wo die Leute zusammen dann von Ho-Oh zu Ho-Oh gezogen sind. Da war man dabei mit dem Main jetzt. Reicht mir trotzdem ein einzelner Ho-Oh-Raid für den Pokédex-Eintrag und das ist dann als Krypto und dann mal gucken, ja, nein, vielleicht. Krypto-Shiny wäre das Ziel gewesen, aber nicht auf dem Free-to-Play-Account. Schatten-Pokémon steht nochmal hier. Es wird natürlich auch wieder andere Pokémon geben bei den Rübeln, bei den Bossen. Bla, bla, bla. Wäre das noch nicht alles. Bla, 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 bla. Retten. Hm, Rüben. Hm, ha, ha. Schillerne. Hier. Jetzt weißt du natürlich noch nicht, was gehört zu den Rübeln, was gehört zu den Bossen. Die, die bei den Bossen sind, können ja dann auch sowieso shiny sein. Wir sehen hier neue Pokémon wie Krypto-Krebskorps, Schnäppke, Panflam, Plinfa, Gliebungel, Litumif, Kastadur. Äh, Stada sind ja eigentlich immer cool, aber so richtig krass und nützlich sehe ich hier gerade erst mal keins. Ich kenne mich jetzt auch nicht aus, aber wenn ich schon Sachen wie Rihorn mal gehört habe, dachte ich, richtig krass. Oder Sachen wie Macholo, richtig krass. Kaumalad, richtig krass. Das war alles. Hier denke ich erst mal so, naja, ist okay, kann man sammeln, muss man aber nicht. Kann man erlösen, für einen Hunderter vielleicht, aber, ja, haut mich jetzt nicht um. Raid-Kämpfe, Stufe 1, während des Events dann auch Alola Radfratz, Alola Mautzi, Alola Slimer, Galat Zickzacks, dann in Raids der Stufe 3, Smogmog, Galat Smogmog, Despoda und Adebom. Für mich gut, für meine Raid-Medaille, mal ein Despoda Raid zu machen. Früher hätte ich die Champion-Medaille damit über gepusht, jetzt die verschiedene Raids. Despoda Raid habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Despoda Armee ist fertig, aber ein Despoda für die Medaille macht man nochmal mit. Ansonsten, ja, sehe ich da jetzt auch nicht so krasse Sachen dabei, vielleicht Galat Zickzack sind und das dann nochmal entwickelst, Barrikadax da als, für die GBL. Krypto Raids, vielleicht jetzt was Interessantes. Krypto Alola Sandan, Krypto Kramurks, Krypto Tanzer, Krypto Kliebunge, Krypto Kramurks ist ein Highlight, denn das ist auf jeden Fall ein guter Unlicht, aber auch Flugangreifer, gerade wenn man nicht so viele Flugangreifer hat. Kramchef in der Krypto Variante ist ein Biest. Stufe 3, Krypto Sichlor, Krypto Banser Aeron, Krypto Golbit. Golbit soll ja auch ein richtig guter Bodenangreifer sein und auch als Geist kann der was, deswegen Golbit braucht man auch nicht unterschätzen. Rest finde ich jetzt nicht so spektakulär. Da kann ich mal gucken, vielleicht ein Kramurks und ein Golbit zu machen, hier ein Despoda zu machen, ansonsten, ja, mal ein Ho-Oh zu machen und ansonsten weiß ich gar nicht, was während des Events normal in den Fünfern drin ist. Ach so, Knattertocks, genau, jetzt steht es hier nochmal. Habe ich schon vorausgegriffen. Eier, die folgenden Pokémon schlüpfen aus 12 Kilometer Eiern, zusätzlich zu denen, die sowieso daraus schlüpfen. Knattertocks. Geh weg, geh weg, Pokémon bei Feldforschungen. Während des Events sind besondere Forschungsaufgaben verfügbar, folgende Belohnungen warten auf euch, mysteriöse Teile, Lade-TMs, Sofort-TMs, Begegnungen mit Event-Pokémon und für den Abschluss der Aufgaben könnt ihr den folgenden Pokémon begegnen. Bei Pokémon, die während der Forschung erscheinen, besteht die gleiche Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Exemplar wie bei wilden Pokémon. Ist also nichts erhöht, ihr könntet also auch die Wild, wenn die Wild da wären. Was ist hier drin? Rettan, Zubat, Smogon, Paldea Felino, Hisui, Baldorfisch, Fiffchen, Zubiris, Glibungel, Zurukex, Gastella, Knirrfisch, Mikrik. Knirrfisch ist eigentlich relativ selten, also der kann nichts, aber wer den noch nicht hat, kann sich den da holen. Ansonsten hast du hier vielleicht Paldea Felino, wer das Zylord noch nicht hat oder cool findet oder damit kämpfen möchte. Zubiris kriegt da auch nochmal eine Megaentwicklung, ist in der GBL auch am Start, Zurukex ist in der GBL relevant, Gastella ist in der GBL relevant, glaube ich. Der Rest ist eigentlich auch Müll. Pokestop Showcases, verschiedene Pokestop Showcases mit Event-Pokémon. Was da genau drin ist, steht noch nicht da. Da gibt es wieder ein Event-Bundle im In-Game-Shop und natürlich auch im Web-Store. Die gucke ich mir jetzt nicht an, die sind mir wurscht. Aber hier steht nochmal eine Kostenpflichtige. befristete Forschung. Für 5 US-Dollar kriegt man eine Forschung, wo es dann auch wieder Sternstaub, EP, Rauch, Brutmaschinen, Silberne Sananabeeren gibt, Begegnungen mit Event-Pokémon und eine Event-Avatar-Pose. Man kann sich also wieder für 5 Dollar, bei uns ist das bestimmt dann hier 6,99, kann man sich eine Event-Pose kaufen, wo man so einen Ball hochschaukelt. Das ist doch cool. Adi, Schatz. Alles Gute. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich so eine blöde Pose habe, dann müsst ihr mir das Ticket, aber müsst ihr nicht. Brauche ich eigentlich nicht. So eine Pose bringt mir eigentlich nichts. Ich habe ja eine jetzt, wo ich Kakao schlürfe. Deswegen, die reicht ja. Ansonsten muss ich dann wieder gucken, dass ich dann auch wieder ein Video zu mache. Aber auch noch zum Ho-Oh, aber auch noch dazu, und auch noch hier. Aber Hannes ist ja vielleicht da, vielleicht kriegen wir das hin. Wie findet ihr die Pose? Cool. Was sagt ihr zu Ho-Oh? Was sagt ihr zu Kyokre? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.